Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 14. Juli Und David sprach, ist doch noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, das ich beim Herzlichkeit an ihm tue um Jonathans Willen? 2. Samuel 9, Vers 1 Schreckliche, blutige Geschichten werden hier berichtet. Sie erzählen von Gottes Gerichten und zeigen, dass Gott wirklich nicht so harmlos ist, wie die meisten Menschen meinen. Jahrelang hat der abtrünnige König Saul den Freund Gottes, David, verfolgt. Nun sind er und sein Geschlecht umgekommen in den Kämpfen mit den Philistern. David hat den Königsthron bestiegen. Und er sagte nun dies Wort, das auf einmal so einen anderen Klang hat, einen Klang aus dem süßen Evangelium. Wenn noch einer aus Sauls Geschlecht da ist, möchte ich beim Herzlichkeit an ihm tun, um Jonathans Willen. Jonathan, der Sohn des verworfenen Saul, war der treue Freund Davids gewesen. David war erschüttert, als er vom Tode Jonathans hörte. Um seinet Willen möchte er nun beim Herzlichkeit üben. Um Jonathans Willen soll das Gericht zu Ende sein. Das ist ein ausgestreckter Finger auf das Neue Testament, wo wir hören, um Jesu Willen will Gott den Verurteilten, den Sünden und Abtrünnigen beim Herzlichkeit erzeigen. Denken wir ja nicht, wir könnten eine einzige Sünde wegwischen. Keine Sünde lässt sich wiedergutmachen. Und wenn sie nicht vergeben wird, bleibt sie über uns und bringt uns in das Verderben. Aber um Jesu Willen, der am Kreuz für uns die Strafe getragen hat, will Gott vergeben und gnädig sein. Wir kommen nicht damit aus dem Feuer des Zorns und Gerichtes Gottes, dass wir unsere Sünden leugnen, verkleinern, entschuldigen oder vergessen, sondern nur dadurch, dass wir dies um Jesu Willen annehmen, glauben und die Gnade ergreifen. Herr Jesus, dir sei Dank für dein Sterben für uns. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.